Was hat mich wirklich überzeugt? Das hat mich wirklich überzeugt. Es kam sehr klar darüber, was möglich ist, wie sie arbeiten. Ich hatte den Eindruck, es kann sehr gut sein. Ich war noch sehr unsicher, ob ich mich darauf einlassen soll, auch noch mal so im Alter zu reisen und das zu machen. Ich hatte sehr viel Angst vor einem Zahnarzt vor einer Behandlung in Deutschland, wo auch sehr viel schiefgegangen war vorher. Aber durch die Telefonate und alles, und auch nachdem ich hier war, bin ich mir sehr sicher geworden. Ich habe einen alten Knapp, für die Einblenden. Untertitelung des ZDF, 2020